Musik Am Samstag trafen die Fußballer von Nauenburg 05 auf den Tabellenersten der Landesliga aus Dessau. Nauenburg dagegen steht zur Zeit im Mittelfeld der Tabelle. Trotzdem konnten die Domstädter zu Beginn des Spiels einige gute Chancen herausarbeiten. Sie setzten die Gäste unter Druck und wurden in der dritten Minute mit dem Führungstour belohnt. Doch dabei sollte es zumindest für die erste Halbzeit auch bleiben. Nauenburg konnte seine Chancen nicht weiter nutzen und auch die Gäste schafften es nicht, das Spiel zu drehen. So sah die erste Halbzeit noch recht gut aus, wie Christoph Radek, der Nauenburger Trainer, vor unserer Kamera einschätzte. Mit einem Punkt haben wir abgeschnitten. Betrachten wir jetzt unser Spiel, muss man von lichten Schatten, von zwei Hälftzeiten reden. Die erste Halbzeit haben wir Druckfall begonnen, haben das umgesetzt, was wir wollten, also frühzeitig Druck aufbauen, zu Fehlern zwingen. Sind wir auch zur rechten Führung gegangen, meines Erachtens nach. Zweite Hälfte, schwer zu erklären, muss ich sagen, aber das verfolgt uns Woche für Woche, dass wir da also nachlässig werden. Den Gegner ein ins Spiel kommen lassen, die dann glücklich zum Ausgleich kommen. Dann sicherlich die ein, zwei anderen Möglichkeiten noch hatten, das Spiel vielleicht entscheiden zu können. Aber da haben wir wieder zu wenig investiert und da geht das Spiel halt mit einem Punkt aus. Schade für uns, wir haben uns ein bisschen mehr ausgerechnet, aber dann ist es halt so. Wie gerade gesagt, nach der Halbzeitpause lieferten die Jungs um Trainer Christoph Radek alles andere als Erfolgsmeldungen. Und dabei hatte er doch klare Vorstellungen. Wenn man jetzt allein die erste Hälfte betrachtet, waren wir die aktivere Mannschaft. Betrachten wir den ganzen Spielverlauf, ist es mit dem Remis, sind wir da, sind wir auf der Sollseite, keine Frage. Ist ein bisschen ärgerlich für uns, wir wollten den Bock mal umstoßen zu Hause, aber trotz allem den Punkt nehmen wir mit. Wie er dann zustande kommt, schlussendlich ist es erstmal egal, aber ist in Ordnung so. Nehmen wir, nehmen wir so wie er kommt. Die Dessauer nutzten die fehlende Konzentration der Gastgeber immer öfter für eigene Angriffe aus. Dessau übernahm aktiv das Spielgeschehen und konnte in der zweiten Halbzeit wenigstens das 1 zu 1 erzielen. Von diesem Zeitpunkt an gelang es beiden nicht mehr, den Spielverlauf entscheidend zu beeinflussen. Auf Platz 10 der Tabelle rangiert Naumburg zur Zeit. Mit dem 1. FC Weißenfels und Blau-Weiß-Zurbau stehen zwei weitere Mannschaften aus dem Burgenlandkreis noch vor den Domstädtern. Und da will Naumburg eigentlich hin. Ausgeschriebenes Saisonziel ist, dass wir uns oben anziehen wollen, den ersten Drittel der Tabelle. Das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren jetzt aufgrund der Spieltage, die jetzt vergangen sind. Heute ging Tabellenführer mit dem Punkt, das ist ein Punktgewinn, muss man so sagen. Das hätten es vielleicht viele gar nicht zugetraut. Wir haben Punkte liegen lassen, das ist ein bisschen schade. Es kommen jetzt noch Gegner, wo wir uns mehr vornehmen müssen, um ein bisschen Anschluss zu erlangen. Also Platz 5 ist so unser Ziel, da möchten wir hin. Doch Platz 5 wird gerade, wie in der letzten Saison, von den Zurbauern gehalten. Da muss Naumburg noch zulegen, denn bisher war er das Mittelfeld der Tabelle ihrer Wir. Ob da das ständige Auf und Ab des Naumburger 05 hilfreich ist, bleibt zu bezweifeln. Aber vielleicht schafft es der Verein, den Spielern ihren angestammten Rasen in dieser Saison doch noch für ein Punktspiel zur Verfügung stellen zu können. Denn am Hallischen Anger kann zurzeit nur Trainingsbetrieb stattfinden. Das Sommerhochwasser hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Vielleicht ist das der bisher fehlende Ansporn für die Mannschaft. Die Heimspielstätte hat immer einen gewissen Charakter für uns auch. Wer ist ein kleiner, gedrungener Platz? Die Leute stehen ein bisschen enger dran, davon leben wir auch ein bisschen. Zumindest haben wir das. Hier ist es was anderes, wobei ich sagen muss, der Platz ist in Top-Zustand. Die Stadt stellt uns den super zur Verfügung. Es ist ein anderes Spiel, es ist ein größerer Platz und klar nimmt man sich den kleinen Vorteil, den man zu Hause hat. Am kommenden Sonnabend müssen die Naumburger in den Harz. Stahl Thaler erwartet Naumburg 05. Die SG Herren Gosserstedt steht auswärts dem SV Merseburg gegenüber. Und der 1. FC Weißenfels begrüßt am Sonntag die Mannschaft von Blau-Weiß-Torbau im Weißenfelser Stadion. Und der 1. FC Weißenfelser Stadion ist die Mannschaft von Blau-Weiß-Torbau im Weißenfelser Stadion.